Moin Pamarulov, mein Name ist Sonic und herzlich willkommen auf Websplay. Ich habe noch den Mund voll, weil ich gerade während dem Draft Nudel-Schinken-Gratter gegessen habe, deswegen bin ich noch am Kauen. Der Kevin ist noch dabei, an der Muri. Jetzt wird's... Und eine Sparrow hier. Äh boah, da war ja wohl das hier, Alter, was war das? So... Ich wollte es nur gesagt haben. Das muss man auf jeden Fall mal sagen, ja. Nicht ganz aus dem Konzept. So... Kommst du zu mir auf die Lange? Ja, ich komme. Ähm, wer bist denn du? Links. Komm weg. Ich habe hier zwei Gegner. Was will denn die alte von mir, ey? Ah, du schwarze Kackmuri, Alter. Alter. Ah, mein Kaffee. Achtung, Achtung, Rux. Ja, Rux. Wer hat mich? Wer hat mich? Alter! Was war das? Ey, das war so ein großer Winkel, Alter. Ich komme da nicht mehr weg. Riesig. Ich bin ja schon zurückgelaufen, ey, aber... Ja eben. Mehr konnte ich jetzt auch nicht machen. Scheiße. Ja. Ey, 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 ihr macht keinen Scheiß, Leute. Warum ist denn der Greystone in der Mitte? Eine Align-Tower ist unter Attack. Oh, die Nudeln waren echt lecker, ey. Schade, dass das der Rest war. Ich hätte gerne noch so eine... Gib mal was ab, ey. Ja, ist leider alles leer jetzt. Scheiße. Meistens kochen wir abends und essen das dann nicht komplett auf. Und dann esse ich das am nächsten Tag mittags dann noch. Nö. Ist eigentlich das Schlaueste, was man machen kann. Oder abends halt mal. Ja. Ja. Oh, gut durch. Machen richtig Druck. Scheiß Sparrow. Oh. Kannst du Lars jetzt bisschen mitmachen? Ja, mach ich immer. Ich schon. Ich gehe halt anfangs jetzt erstmal komplett auf Support. Okay, bin ich ja eh, aber... Ja. Slow oder so geht halt noch nicht. Ah, lass dich mal ein bisschen pushen. Nö. Warum ist der Greystone in der Mitte, Alter? Warum geht der nicht rechts? Ja, vor allem, wir haben keinen Jungler, ne? Ja. Oder? Ich meine, ich kann auch junglen gehen, gell? Hm. Da müsste Greystone rechts alleine sein und dann Grimm auf die linke Lane. Aber das ist auch scheiße für Grimm alleine gegen Sparrow und, äh... Ja. Ah ne, du wärst ja dann noch da. Weil dann passt das ja eigentlich. Ja, aber alleine auf der Lane ist scheiße. Ne, du gehst dann mit Grimm und der Greystone rechts auf die Lane. Das wäre eigentlich die richtige Aufteilung jetzt hier gewesen. Hm, ja. Aber irgendwie... Das ist echt komisch, Alter. Ich verstehe nicht, warum die zu zweit in die Mitte gehen. Ja, das ist echt... Alter, die Alte nervt mich. Nein! Wow, gut. War schön. Alter, machen die einen Druck, die Penner, ey. Die kommen ja gar nicht mehr irgendwo hin. Ja, die spielen auf jeden Fall zusammen. Kleine Bällchen sammeln, kleine Bällchen. Wollen wir vielleicht mal Wards kaufen. Ich stelle da einen Sammler gleich, wenn ich halt weg war. Also die Gegner machen mehr Last Hits als wir, wenn jetzt ein paar mehr ey. Greystone macht jetzt den Jungle, geht ja auch klar. Ja klar, ist sogar ganz okay. Von denen ist einer back, dann geh ich jetzt auch back, bleibst du noch kurz hier? Jo. Wenn ich loslaufe oder so, es sind zwei back bei denen. Entschuldigung, ich kauf mir jetzt erstmal ein Board. Wo ist das denn hier? Marder reinmachen. Okay, du kannst backporten. Jupp. On my way! 0-2 steht's schon. Wer ist denn da gestorben? Ich und Lucky Duck Quack. So, wo hab ich denn meinen Schlüssel... Aber warum ist denn auf der rechten Lange? Haben die zwei Jungler oder was? Grux und Severok? Ähm... Jupp. Alter, deren Hauitzer und deren Sparrow, die haben schon 25 Last Hits. Wie, erst 10? Lol. Alter, die dumme Sau. Oh yeah. Hi. Ich hab leider keine Ulti. Komm da raus. Komm da raus. Mhm. Wir müssen jetzt die Tower. Die Tower ist auf der Attack. Fuck. Mh, du musst leider bisschen... Jeffen. Hier den Sammler stellen. Jo. Achtung, Achtung. Alter, wie sie mich pumst. Alter, noch ein Tower Dive, ey. Ey. Was geht mit denen ab, ey? Das sieht mir richtig aus. Scheiße, verdammt. Ich glaub, das war's mit dem Tower. Nee, oder? Jetzt schon? Ja. 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 Anstatt, dass der Graezer nochmal nach rechts geht, so, weißt du? Oh yes. Haben wir gleich schon zwei Tower verloren. Ist schon übel. Auf jeden Fall. Ja, 0-2. Ich brauche jetzt auch irgendwie farmen. Ja, das ist gerade nicht so gut. Das ist last hitten, last hitten, last hitten. Nichts, nicht, nichts. Schön. Neun Punkte, die haben teilweise schon 15. Oh ja. Wenn wir mal in der Mitte vorbeischneiden. Oh, hier sind sie, hier sind sie beide. Fuck, 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 fuck. Komm Richtung Sammler. Liegt eine Kugel irgendwo. What import haben die mich gekillt? Was war das denn? Hey, 0-3, Alter. Die sind zusammen so krass. Bobby und Sparrow. Die sind wieder weg. Oh, Pry. Was machen wir denn jetzt? Wer hat da farmt, Alter. Aber am wenigsten Punkte. Oh, wow, was geht da in der Mitte? Vielleicht, ähm, kaufe ich mir gleich einen Schlüssel. Oder, na, Schlüssel kaufen brauche ich eigentlich nicht. Vielleicht gehe ich in den Jungle. Dass ich da in Ruhe farmen kann. Weil wenn ich jetzt kämpfe gegen die anderen, dann verliere ich. Dann feed ich nur, weißt du? Das ist auch scheiße. Das ist ja cool, ja. Hab ich immerhin schon mal zwölf. Ich hoffe, der Graveson hat eine Ulti, weil... Ach, ich muss schauen. Dann weiß ich nicht, soll ich den jetzt ulten oder nicht? Der ist ja behindert. Ich muss mir gleich Geister-Schweife kaufen. Äh, nicht Geister-Schweife, sondern... Ähm... Ich hab vergessen, wie die Karte heißt. Geister-Schwe... Geister-Quell. Geister-Schweiche... ... es geht nicht mehr. Ich hab mal einen gekillt. Komm, den Tower kriegt der. Der Tellen ist unter attack. Im En transporting. Geschichte. Ah, ist besser, wenn ich jetzt in den Jungle rotiere. Weil dann kann ich ganken, weißt du? Und dann kann ich vielleicht so wieder aufholen. Na. Ja, die sind hier. Muri und Sparrow. Ja, ich muss erst mal backen. Föcken, der Sammler ist noch halb. So, jetzt kaufe ich mir Geisterquell. Wo ist es denn? Und mache Wo ich drei Karten fürfe. Okay, machen wir zweier Leben erst mal rein. Ah, die haben mir einen Sammler gestellt. Weiß. Ah, IG, Alter. Okay, IG ist tot. Das sind alle. Das sind alle. Wir müssen jetzt Mitte-Verteidigung. Links auch irgendwie. Ups, falsche. IG ist tot. Ja, links müssen wir auch verteidigen. Ich habe jetzt hier gar keine Minions mehr und nix. Und den Towern kommt in die Mitte. Alter. Greystone. Wat is? Okay, er springt hoch. Achtung, die kommt zu dir. Die kommt zu dir. Die kommt zu dir. Geh da weg. Weiß ich, wo die alle sind. Okay, IG ist wieder da. Hier sind zwei. Mori und Sparrow. Und jetzt zu dritt in der Mitte. Wir sind zu dritt hier. Grim Axe ist auf dem Weg. Ich glaube, der Grim ist gut, Ali. Der hat uns Meisterskling. Ja, der hat den Meister. Ich kann Ulten im Notfall. Ich mache gerade den Blue. Ja. Noch keine Panik hier. Gut, gut. Och nö, welcher? Der beim Orb. Der beim Orb. Scheiße. Alter, die haben mich Damage gemacht. Oh Mann, was macht unser Greystone. Der ist ein bisschen zu greedy. Ich weiß auch nicht, der rennt da im Jungle rum. Aber er kommt. Er macht jetzt ein White Camp da. Okay. Rugs rechts. Einer muss mit. Das sollen, das sollen, das sollen. Der macht den Tower. Ja, vielleicht machen wir ihn. Ja, auf jeden Fall. Er geht in den Jungle durch, glaube ich. Ja, ja, ja. Nee, noch nicht. Hier ist er bei mir. Okay, greif ihn an, greif ihn an. Ja. Ja. Ja, das stimmt mit dem nicht. Ja, schön, schön, schön. Ja. Nice, nice, nice. Ja, Grim Dawn. Ich hab leider keine Ulti. Wir müssen zur Mitte rotaten. Jep. Ich hab nicht mehr viel Mana. Oh Mann, was macht denn der? Ja, er hat noch die Ulti. Ja, ich dachte grad, ey. Weil das sah so aus. Der rennt weg. Und dann springt er wieder rein. Oh, unsere Minions holen links. Ja, Sparrow rotatet jetzt rüber. Mein Mugi geht auch rüber. Ja, die sind auf jeden Fall im Team. Ja, die rennen auch immer nur zusammen rum. Jep. Ich weiß nicht, ich weiß, was ist irgendwo. Jetzt liegt er auf dem Baum. So, ich muss auch mal back gleich. Ich denke, wir holen das Ding. 3-7, also. Wir haben schon zwei Türme weg. Ja, aber... Der Anfang war jetzt ein bisschen... ...scheiße, kann man sagen. Aber... So, ein bisschen mehr Mana. Hörte klappen. Klinge der Härte. Meine Schulter juckt. Ja, links kann ich machen. Ja, Iggy ist halt jetzt wieder da oben. Was macht denn Grimm da, Mann? Grimm macht, glaub ich, den Red Buff. Bin doch links, Alter. Iggy soll sich mal da verbossen. Rugs mit... ...hä... ...Iggy pusht richtig gut. Kriegt jetzt Besuch von... ...niemand. Rugs ist hier in der Mitte, irgendwie am Abgammeln. Wie der Grimm einfach 100 Mal mehr Damage macht als ich, Alter. Ja, also einzelnen Schaden von den Minions. Ist irgendwo ein Wort? Was muss ich mit der Brut machen? Rewarded. Wie, Kitty? Weiß ich nicht. Ich komm. 100% safe, lieber. Nein, 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 nein. Er wollte. Abgebrochen. Rein, 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 rein. Ich bin tot, Alter. Oh, Alter. Ich hab sie nicht mehr bekommen, ey. Die... Alter, das war ein Reinfall. Hat die Greystone noch? Blocken, blocken. Spring hoch, wenn die schießt. Nö. Ah, jetzt hat sie sich dahin geportet. Oh. Ey, die Sparrow, wie sie bumst, gell? Das ist ein Red Buff. Jawohl, der Greystone hat die Movie noch. Geh doch raus da, Alter. Was macht der? Warum rennt der noch da drin rum und fightet? Ah, der ist tot. Hau ab, geh weg, bevor du auch noch stirbst. Lass ihn sterben. Geh einfach weg. Naja, scheiß drauf, lass die... Die kriegst du nicht. Drei gegen einen, ey. Ich versteh nicht, warum du auf einmal übelst Schaden bekommen hast. Ich hatte ja noch das Schild ready. Ja, der Tower halt, ne. Ich hab... Ich hätt noch ein oder zwei Hits gebraucht gegen die Muri. Dann wär die weg gewesen. Ich muss in die Mitte. Das war schon krass. Dann wär die auf jeden Fall weg gewesen. Aber ich wär dann auch nicht mehr aus dem Tower gekommen. Also es war schon dumm, von mir da einfach reinzurennen. Aber ich war halt wieder greedy. Ich hab klappen können. Ihr müsst links gehen. Um hier zum Tower zu kommen. Ah, IG wird jetzt Probleme bekommen. Wählen die Gegner, ja. Warte mal hier. Wen kämpft ihr da? Gegen... Starrock. Starrock und wer ist das? Und Muri? Muri, Muri. Frennen die in den Jungle oder wo lang? Ne, oben lang. Hol sie dir, hol sie dir. Starrock kommt zu dir. Alter, der hat jetzt wieder, der hat jetzt wieder Dings gemacht. Kügelchen kommt. Wow, Alter. Über die halbe Map geschmissen. Ja, ich hab sie gleich. Wo ist die hin? Ah, da. Alter, die ist schon wieder schneller, die Alte. Warte, warte, warte. Kugel, komm. Ja, Mann. Alter. Nein, hier kommen Crux. Nein, hau ab. Ja, hau ab. Jetzt sagst du jetzt zugleich. Ich hab mich geslowed, aber das bringt nichts mehr. Alter, die ist schon wieder weggekommen. Die Muri von denen, ey. Die reißt das ganze Spiel. Ja. Ah, 2-5, ey. Das ist doch schon wieder scheiße. Nein, ihr geht. Da ist doch ein Ward, die sieht dich doch. Da sind drei Leute. Hau ab da. Hätte hinten rum gehen müssen. Oh, verdammte Axt, ey. Kannst du einen Sammler leer machen? Ah, ist schon. Scheiße. Ah, ein Millimeter. Kannst du noch kurz stehenbleiben? Ja. Warte, noch einmal sammeln. Ist gleich durch. Jetzt. Jawohl, hat gereicht. Danke. Ich will nichts mit meinem Item voll. Mann, ist das ärgerlich, ey. Die kommt so oft weg einfach. Und dann sterbe ich deswegen. Ich wollte noch auf die Muri drauf. Der Grimm von uns war full live. Guck so nach rechts. Geh auf die Muri da drauf. Guck nach links. Unser Grimm war's tot. Denkt mir so, wow, scheiße. Ja. Ja. War voll geultert. Na, ich geh nach links. Rechts ist Iggy am Deffen. Kriegt der eigentlich normalerweise nicht gut alleine. Boah, wurde links wahrscheinlich. Ja. Das heißt, da ist seine. Seborog. Seborog. Boah, was mit den Händen? Die Dänder müssen zurück, ne? Ach du, die ist zurück. Nee, nee, nee. Wir waren zu zweit. Mitte, Mitte, Mitte. Au, grux, ey. Bin auf dem Weg. Ach scheiße, ey, du bist gerade im Fight, weißt du? Und während dem Fight kannst du eh nicht auf die Karte gucken. Und dann drehst du dich einmal um, da sind die schon irgendwo an einem Tower. Nee. Ich hoffe, der Grey hat die Ulti ab, ne? Na, 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 guck. Was? Rind halt voll rein, ey. Was ist los mit Jelen? Boah, ich dachte gerade, die kommt auf dich oder so. Nee, grux, links. Ja, lass uns den holen, komm. Meinst du, das schaffen wir? Der ist Level 13. Ja, 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 ja. Und der hat Minions. Jetzt gerochen. Hier ist er. Jawoll. Ist geslout. Hab gleich Ulti ready. Und der Tower ist weg. Oh, der ist Red. Nimm du nicht. Der Black war das. Äh, Black, hier, meine ich. Oh. Mitte, Mitte, Mitte. Komm, 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 komm. Hm, der Tower ist weg. Und lass ihn rum zum Inip gehen. Da liegt ein Red Buff. Hol ihn dir. Ja. Oh, oh, Ulti. Fuck. Oh, hier, Hilfe, Alter. Die Sparrow, die schießt mich die ganze Zeit ab. Ufe. Alter. Oh, pass auf, Ulti, Ulti. Ja, ich bin tot. Sparrow bumst mich. Ja, jetzt ist der Inip weg. Was ist das für ein Scheiß hier? Ist er. Ja. Nein, das schafft man noch. Oder? Oder? Schaff mal, schaff mal. Ein Inip geht noch. Bei zwei gebe ich immer auf. Weil wenn zwei Inips down sind. Ja. Außer man gewinnt gerade den letzten Teamfight. Dann schnell durchziehen. Ja. Ich bin wieder da, Bitches. Boah, jetzt kann ich gerade wieder umdrehen. ein Inip-Tower ist unter Attack. Ein Inip-Tower ist unter Attack. Hm, Grox kommt von hinten. Macht sich für ne Ulti vielleicht bereit. Boah, den hat's zerrissen, ey. Und das war's. Alter Schwede. Ja, das machen die auch alle da alleine da vorne, ey. Ja, das check ich auch nicht, warum die jetzt zu zweit da vorne waren, ey. War ein bisschen blöd. Ich hoffe, die kommen in die Mitte. Ja. Die machen bestimmt den OP, ja. Sagst du, ich hab nämlich gerade irgendwas gehört und dann hab ich mir schon gedacht. Die gehen auf Nummer sicher. Scheiße, Alter. Ja, die schneiden uns jetzt alles ab. Damit sie ihren Vorteil behalten können. Rechts werden wir gleich pushen müssen. Oder verteidigen. Guck mal, Greystone, fröhlich im Jungle. Ja, vor allem bei den Gegnern im Jungle, gell. Ich schreib mich, was das wird. Oh, hier, Hilfe, Alter. Ja. 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 Ja, ballert einfach sein GTFO rein, wo er will, gell. Ob der einen killt damit oder nicht. Ja, wir müssen Mitte defen. Geh. Links. Was ist denn mit dem Greystone, Alter? Der nervt mich doch nicht, Alter. Ähm. Richtig behinderter. Alter, der ist so behindert, der Typ, ey. Er hat 1-3, weißt du, und reißt jetzt den Koffer auf. Der Burner. Ja, Mori ultet. Ich kann leider nicht. Keine Chance. Ja. Fünf Sekunden. Einer. Ja. Ich muss hier weg. Lauf, irgendwie weg. Ja, können wir aufgeben. Ja, lauf, 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 lauf. Der Kern, der Kern ist tot. Kannst du vergessen. Ja. Ja, ich konnte mich zu dir porten. Richtig guter Bug. Schau, hab ich nicht mal zu defen, Alter. Alter, wo bin ich? Er ist tot. Scheiße, ey. Der Greystone, ich weiß nicht, was der da jetzt am Ende gemacht hat. Ey, der hatte einfach keinen Bock mehr wahrscheinlich. Und ist nur noch Jungle gegangen. Er war ja schon die ganze Zeit. Nur, der hat ja schon am Anfang im Draft nicht geantwortet, so. Als man gefragt hat, Jungle-Freiheitszeichen? Oh, ne. Auch nur 1-4-0, weißt du? Als Tank normalerweise. Muss ja bei den Teamfights dabei sein. Iki auch nicht gut. 0-3. Genau, nicht so 4-6. Eigentlich haben wir alle verkackt. Guck mal da, die Sparrow. 10-1, ey. Nur wegen der Muri. Die hat 14 Assists, ey. Die Sparrow und die Muri, die haben's gerissen. Ja, auf jeden Fall. Die haben das echt gerissen, ey. Sollen wir das auch mal probieren? Na guck mal, ich bin... Ja. Ich bedan... Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tret mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Trete, schick den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Viel mehr Energie, müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro...